Hallöle! Herzlich Willkommen im nächsten Part von Pokémon Souser Randomizer mit auf dem PewPew! Oh yeah! Geil! Wir werden den nächsten Trainer besiegen! Ich bereise die Welt, um meine Pokémon zu trainieren! Ich möchte mit dir kämpfen! Ja gut, mach das! Das wird aber jetzt ein bisschen schlimm für dich werden, weil ich bin der Chef hier! Oh, ein Voltilem! Ja, okay, wenn du willst! Wo ist mein zweiter Kopfhörer? Hä? So, hinterm Rücken! Ja, okay! So, ein Voltilem! Äh, da machen wir Schlagbefehl! Das ist, äh, ist das jetzt speziell oder psychisch? Ich glaube, physisch! Psychisch! Keine Ahnung! Aber down! Level Up! Level 24! Ich kann auswechseln! Juhu! Wechsel dich! Oh nee, nee, danke! Nee, nee, ich möchte nicht wechseln! Nee! Ich habe doch gesagt, nein! Wechsel dich! Scheiße! Ich weiß nicht, was das ist, aber ich will es nicht! Hitaran! Ja! Kann man machen! Muss man aber nicht! Lucy! Ich hoffe, du schaffst es gegen das zu gewinnen! Ich hoffe, es hat keine guten Attacken! Hallo Hitaran! Ich hoffe, dir geht es gut! Ich hoffe, du machst jetzt nichts Schlimmes oder so! Die Hälfte ist super! Eine Dunkelklaue finde ich okay! Okay! Aquale! Bitte töten! Bitte töten! Lucy, wir möchten keinen Gegner haben! Dankeschön! Oh! Das war ein bisschen... Das war jetzt aber... Uh! Oh! Das war ja richtig... Uh! Richtig brutal, ey! Ich dachte schon, ey! Das wäre jetzt... Ey, die Mutter, die kann mal... Ey, die kauft mir zu viel ein, ey! Zu viel Geld habe ich gar nicht mehr! Ich glaube, die kauft mir... Die kauft alles von meinem Geld ein! Das soll sie gar nicht! Auch das ist ein Pokéball! Hallo! Jasmin leitet die Arena hier in dieser Stadt! Ich werde die... Äh, ich werde sie zurückholen! Besser, du stellst mich... Äh, dich mir nicht in den Weg! Ja doch! Ich werde sie zurückholen, weil ich will sie ja besiegen! Natürlich erst, nachdem ich irgendwo anders bin! Ein Weberrack? Okay! Dann kann ich ja Feuerschlag machen und dann ist es tot! Hoffe ich! Ich weiß gar nicht! Hat der jetzt hohen Angriff oder hohen Psycho-Angriff? Äh, eigentlich müsste er eh so hohen Psycho-Angriff haben als Angriff! Aber gut! Ich werde jetzt, ähm... Noch zwei Parts... Punkten und so Silber machen! Und dann spiele ich... Twangball Xenoverse 2 weiter! Weil... Ich habe die Story schon fertig! Ich habe fast alle Super-Missionen geschafft! Ich weiß nicht, wie viele ich machen muss! Bei einer hänge ich gerade fest! Wo halt... Gold... Freezer und so ist! Und... Also mehrere! Nicht nur Gold-Freezer! Gold-Freezer ist wahrscheinlich der End-Boss! Ich habe gerade gar nicht geguckt, was für ein Item ich bekommen habe! Kraft-Wurzel! Okay! Brauche ich alles nicht! Und ich habe nämlich gerade einen neuen Charakter gemacht! Und einen Super Saiyajin! Ich habe ja die normale Story mit einem Majin Buu gemacht! Weiblichen! 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 Majin Buu! Und... Ja! So ist das! Hallo! Was haben Sie? Ein Bukarior! Oh! Das wird weh tun! Feuerschlag! Tod! Bitte! Bitte! Dankeschön! Ich weiß jetzt wirklich nicht, hat er ohne Angriff oder ob es... Speziellen Angriff! Oh! Level 24! Kannst du ein neues Teammitglied auswechseln! Cool! Pixi! Hm! Ja! Kokli, komm du raus! Da kannst du deinen Nahkampf machen! Dann müsste es eigentlich Wornhit sein! Wenn du... Wenn du das schaffst überhaupt! Ich hoffe, du schaffst das! Wäre schön! Aber ich glaube ich auch nicht! Und... Morgen muss ich früh aufstehen! Um 7 Uhr hoffe ich, dass ich es schaffe! Weil ich will frühstücken! Dann will ich ein bisschen... Dann muss ich ähm... Brief abgeben! Und dann, wenn ich zuhause bin, will ich das neue Projekt... Ähm... Sofort bis... Ich weiß nicht... 9 Uhr müsste ich... Ne... 10 Uhr oder so... 10 bis 14 Uhr müsste ich dann das neue Projekt versuchen, um 7 Parts zu schaffen! Oh! Donnerstein! Geil! Wenn ich das dann geschafft habe... Dann... Hab ich... Mein Ziel erreicht! Dann habe ich jeden Tag wieder auf verschiedene Parts! Wir sind hier ziemlich nah am Himmel! Vogel-Pokémon sind da in ihrem Element! Ja! Schön! Aber wir sind gerade in einem Turm! Deswegen... Wird das nichts nützen! Das ist nicht hier in Ernst! Ich habe vergessen zu wechseln! Aber der ist ja Typ normal! Wird mal doppelt gehen! Ach du Scheiße! Ich habe gerade Angst! Wie viel zieht es ab? Nicht mal die Hälfte! Okay! Ich muss auswechseln! Ich habe gerade... Oh! 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 Warum kommt jetzt ein Arceus? Ey! Was soll denn das?! Ihr wisst doch! Ich bin ein Pilo! Ich möchte schwache Pokémon als Gegner! Damit ich... Hat der gerade ausgewechselt? Warum hat der zu... Ich bin... Ich habe Angst! Ich habe sehr viel Angst gerade! Das wird jetzt... Oh! Ich muss jetzt den anderen hören! Hallo! Oh! Oh! Steinhake bitte! Und... Wie viel zieht es ab? Die Hälfte? Gut! Hoffentlich hat er keine Feuer... Trug Träne? Das ist Scheiße! Jetzt bin ich verwirrt! Aber ich... Ne! Doch nicht! Ja! Spezialverteidigung brauche ich! Brauche ich nicht, oder? Oder brauche ich das? Keine Ahnung! Aber weg mit Brutalanta? Gut! Jetzt haben wir nur noch Arceus! Und hoffentlich das letzte ist ein schwaches! Ich habe jetzt richtig Schiss! Ey! Hoffentlich passiert nichts! Zau Poker! Jam, 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 jam! Äh... Was soll ich nehmen? Was soll ich? Yoshitage, du kommst! Ich nehme Yoshitage wegen der... Wegen Eisblitter! Und hoffentlich schaffe ich das! Weil wenn ich das nicht schaffe, habe ich Angst! Ich kann nicht reden! Ich tue gerade Lisbon oder was weiß ich, ey! Warte mal! Ich muss noch ein bisschen Tee trinken! Ah! Lecker! Einen schönen türkischen Appel-Day! Der macht Vakuum-Welle! Das finde ich scheiße! Aber das zieht ja ähnlich wie Abdel... Oh! Ein Volltreffer! Aber egal! Tau Poker ist weg! Dann Arceus gegen Megani und... Alles super! Dann haben wir gewonnen! So wie ich mir das vorstelle, hoffe ich! Und? Ne, keine... Okay! Ist ja nur... Ähm... Megani? Wo bist du? Da unten! Ah ja! Könntest du bitte das Pokémon töten? Das wäre nett! Wir brauchen es nicht! Wir brauchen es wirklich nicht als Gegner! Ja! Ich muss jetzt mehr auf das Spiel achten! Weil die letzten Parts habe ich so wenig auf das Spiel geachtet! Dass ich gestorben... Bin! Oh! Zum Glück keine Feuerattacke oder so ein Scheiß! Na kaputt! Weg bist du! Weg bist du! Down! Yeah! Letzten paar... Letzten drei Parts sind so viele Pokémon... Zwei Pokémon sind gestorben eigentlich nur! Und das ist nicht zu viel! Ne! Es darf nie wieder ein Pokémon sterben! Erstens! Weil ich doch Gott in diesem Pokémon-Spiel bin! Also dieses jetzt in Höf... Äh... So ist Silver! Das wollte ich Höf Gold sagen, ey! Voll... Komplett... Komplett weiter Spiel, ey! Ja, ich bin doch Gott! Stellt euch das vor! Weil ich werde nämlich Champ werden! Und wer der Champ ist, ist auch Gott! So ist das halt! Okay! Dann haben wir nur noch... Einen Trainer vor... Ich will nicht nach unten! Was soll denn das? Weib! Geh nach oben! Ähm... Dann rechts... Und jetzt den... Ach ne! Zwei Trainer haben wir noch! Zwei Leute sind hart! Und... Zart! Nein! Eine perfekte Mischung! Wie ich meine... Wie steht das mit dir? Äh... Also ich... Meine perfekte Mischung ist... Eine G... Mit Rotkohl... Und Serviettenknöte! Das ist ne geile Mischung! Oh ja! Ach... Moment mal! Ich sollte ja nicht über... Über Essen reden, oder? Stachelspore! Schnurrgast! Du dummes Katzenvieh! Ich glaube, sagt... Wenn ich jetzt nicht treffe, ey! Dann haue ich dich! Ah! Scheiße! Ich wechsle aus! Äh... Rockli, du bist dran! Ich... Ist mir egal! Ich muss... Ich muss sie fertig haben! Äh... Wie? Äh... Einfach Wirbelwind! Ah! Okay! Das ist ne Normalattacke! Das ist mir egal! Außer Schnurrgast wird jetzt sterben! Dann ist es mir total egal! Ja... Total egal! Gut, nix! Eure Scheiße! Jetzt brauche ich Paraheile oder irgendwas ähnliches! Ja! Ja! Schön Katze! So! Was kommt als nächstes? Nix! Ja! Schön für dich! Da hast du deine Mischung vollen Arsch, ey! So! Haben wir... Heilbutter! Das ist gut! Gegen... Yoshitake! Super! Weiter geht's! Lalalalalala! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich will noch nicht kämpfen! Ich will erst den Pokéball! Expertengurt! Super! So! Habe ich hier irgendwas Neues? Expertengurt? Donnerstein! Ach ne! Donnerstein! Ah egal! Hallo! Hallo! Was haben sie? Ich hole vor gegen Jasmin zu kämpfen! Aber sie ist nicht da! Wie wäre sie mit dir? Ja klar! Gegen mich kann sie kämpfen! Aber ich muss dir leider sagen, ich bin stärker als Jasmin! Was? Ehrlich? Ja natürlich ehrlich hier, ey! Ich bin der Chef! Blättertanz! Ist neutral! Eichblätter ist neutral! Ne! Eichblätter! Eichblätter wäre effektiv, glaube ich! Fitze Aura! Bezieht nichts ab! Ja! Zwei, dreimal Blättertanz! Dann verwirrt! Ist eine gute Kombination! Und dann... Es macht der Feuersturm! Ich glaube es hackt! Was soll das? Ich habe keine Lust auf den Feuersturm! Alter! Jetzt verbrennt der mich auch noch! Ich glaube... Du! Ich fresse gleich Kotze! Äh ne! Das fresse ich nicht! Das wäre ja eklig! Ich meinte ich kotze gleich Kotze! Das macht keinen Sinn! Aber ist mir egal! Und? Ja! Bitte effektiv! Das wäre ganz nett! Damit ich es down habe! Ah ja! Ich wollte sagen! Ähm... Ich weiß nicht! Vielleicht habe ich das in irgendeinem Part schon mal angesprochen! Ich bin ja zur Zeit bei Minecraft immer noch am testen! Nein! Scheiße! So! Willkommen zurück! Ich musste... Nochmal alles von neu spielen! Also... Den ganzen Part! Nochmal bis hier hin! Und ich habe... Diesmal ein bisschen anders gespielt! Jetzt sind alle Level 24! Ich weiß zwar nicht wie... Aber... Irgendwie sind alle 24 geworden! Gut! Wir werden jetzt erstmal mit Seren gegen Potrot kämpfen! Und ich hoffe ich komme nicht auf die Taste! Womit ich halt... Wie doch! Warum setzt der den Feuerwehr ein? Ist der behindert? Ach! Scheiße! Ja! Muss ich jetzt Feuerwehrwehr... Ist ja neutral! Aber das Feuer tut ja auch weh! Du Arsch! Jetzt macht das Stachlor! Wenn ich auswechsel tut mir da was... Äh... Ne! Ich wollte ja vorhin zwar sagen! Da habe ich total vergessen! Die ganze Zeit! Also die ganze Zeit habe ich ja gespielt hier... Und dann... Ich habe es vergessen! Ich wollte irgendwas Wichtiges sagen! Es ist weg! Scheiße! Mann! Ja toll! Das... Das tut mir weh! Aber dir auch! Dir auch tut's weh! Warte mal! Drachenklaue ist das neutral? Das müsste ich gerne wissen! Tatsächlich! Da mache ich jetzt die ganze Zeit Stachel! Nicht Stachel! Drachenklaue! Und dann ist er weg! Da mache ich jetzt die ganze Zeit Stachel! Drachenklaue! Jaaa! Super! Puff! Und... Ciao! Ciao! Ich habe mit Serin gegen Brutalanta vor uns gekämpft! Das war einfach! Zwei Hits und weg war das Vieh! Ey! Das liegt aber daran, dass ich Macht habe! Und das liegt daran, dass ich ein... Ich... Ne! Darf ich ja gar nicht sagen! Weil wenn ich das sage, dann... Wird jeder neidisch! Hahaha! Äh! Vergess das! So! Was kam jetzt? Zierpreis! Okay! Tadadada! Huup! Feuerwirbel! Mal gucken! Oh nein! Ich hoffe, der hat keine guten Attacken! Oh oh! Oh! Ampelleuchte! Ne neutrale Attacke! Äh! Keine neutrale! Ne schlechte Attacke! Hahaha! Ja! Wird ja wehtun! Was? Und ich mache jetzt Drachenklaue wieder! Ich hoffe, mein Ibitak wird gleich Level 25! Alter! Ein Volltreffer Sireen! Du bist ja richtig geil, Mann! Oh! Geil! Und Level 25! Super! Jetzt kann ich das Pokémon auswechseln! Neue Attacke? Nö! Schade! Kurte! Ja, Lucy! Du bist dran! Mal gucken, ob du das schaffst! Ich hoffe, ja! Ich hoffe! Ja! Und wenn dich, habe ich Scheiße! Ich habe jetzt sehr Angst, weil die Staffel hat mir ein bisschen Vieh abgezogen! Nein! Ich hoffe, das hat doch nicht gehört! Oh! Zum Glück! Oh! Zum Glück! Ich habe mich verdrückt! Ich habe zu schnell abgedrückt! Ich wollte Aquarelle machen! Oh! Oh! Jetzt ist alles super! Jetzt ist alles! Jetzt bin ich entspannt! Weg mit dir, Kurte! Und dann ist alles gut! Dankeschön! Oh! Zum Glück! Ich dachte schon, der macht irgendeine Scheiß-Attacke und dann sterbe ich! Wäre Scheiß! Wäre Scheiß! Ist mir aber auch egal! Wir haben es geschafft! Geil! Ja, Mutter! Ey! Die hat... Wie oft die... Ach nee! Scheiße! Ey, jetzt muss ich ja auch noch ein Level trainieren! Oh! Ich habe mich vertan! Scheiße! Ach! Hallo! Dieses Pokémon hat immer das Meer für uns ausgeleuchtet! Aber dann wurde es plötzlich sehr krank! Seitdem bringt es nur noch... Nur noch Luft! In der Mondia City! Auf der anderen Seite des Ozeans soll es einen wundertätigen Apotheker geben! Aber ich kann Amphi nicht einfach hier alleine lassen! Würdest du mir einen Gefallen tun? Könntest du vielleicht für mich dort Medizin kaufen? Ich halte dir auch den Eingang offen! Oh! Super! Geil! Okay! Was haben wir hier im Ball? Ah ja! Ich habe von uns auch gesehen... Oh! Nessball! Geil! Ein Ball! Ich habe von uns gesehen, dass ich Aurasphäre bekommen habe! Das könnte ich tatsächlich jemandem geben! Mal gucken! Aber das mache ich gleich, wenn ich hier aus dem Haus bin! Ich muss jetzt aufpassen mit dem Controller! Ich will nicht nochmal alles neu spielen! Das Erdgeschoss! Bitteschön! Ja! Dankeschön! Gibt es hier irgendwas Neues? Ne! Buff! Was haben wir jetzt? Pokémon! Oh! Scheiße! Wir gehen eh gleich in den Poker Center, um uns zu heilen! Und ich möchte aber Aurasphäre gucken, wer das hat! Oh! Ich hoffe, Yoshitake kann das! Ach! Sivin! Du kannst das auch! Das wäre auch ganz gut! So! Sivin! Gegen! Dem schlafenden Gegner wird durch ein... Ach! Der Gegner muss erstmal schlafen! Was soll ich denn mit dem Scheiß? Bis der Gegner schläft! Ey! So lange habe ich keine Zeit! Das ist höchstens gut, wenn der Gegner eine Erholung macht! Nö! So nicht! Okay! Da hat mein Flugpunkt und eine Kampfattacke! Ganz gut! Poker Center! Aufladen! Und dann geht's weiter! Aber wahrscheinlich erstmal nächsten Part! Weil... Ich habe keine Lust heute! Also... Ich mache jetzt natürlich den Part danach nochmal! Also... Der Part, der heute kommt... Ne! Der Part, der jetzt da ist! Den ihr jetzt seht! Und der nächste Part kommt in zwei Tagen wahrscheinlich! Wenn alles gut läuft! Außer der Part kommt morgen! Ich weiß ja nicht, wie das alles abläuft hier! Mit meiner Schlaferei und so ne Scheiß! Ja! So ist das! So! Was haben wir hier? Ein Typ, der mit mir reden will! Hey! Wenn das nicht perfekte Welle ist! Diese Welle muss man einfach nehmen! Ach so! Du besitzt Server noch nicht! Das bleibt jetzt unter uns! Aber ich habe Server ja von dem Typen aus Tixitica erhalten! Ich glaube, er ist immer noch dort! Geht doch einfach nochmal... Was? Tix City? Was? Warte mal was? Sag nicht! Ich muss jetzt nach Tix City! Jetzt muss ich nochmal zurückrennen! Wegen der Scheiße! Ach nee! Scheiße! Okay! Da müssen wir nochmal in den nächsten... Ach Scheiße! Wisst ihr was? Wisst ihr was? Outro! So! Ich sage euch eins! Ich laufe jetzt erstmal in die nächste Stadt! Und im nächsten Part bin ich dann wieder hier in Olivianer City! Ich sage danke, dass ihr euch das angeschaut habt! Rechts ist der letzte Part! Unten Kanäle! Socialdinger! Und... Joa! Geil! Elkepilo! Und tschüss! Jee! Jee! Jee!